Andreas Scheuer, gleich gefragt, bevor wir in die Details gehen, das sind recht harte Geschütze, die hier aufgefahren werden, erbärmlich, da wird Rassismus und Ähnliches der CSU vorgeworfen. Wie gehen Sie eigentlich mit solchen Verbalattacken um? Natürlich ist die Frage eine hochemotionale, aber Fakt ist auch, dass wir einen großen Anteil von bloßen Wirtschaftsflüchtlingen bei uns haben, die eine Ablehnungsquote nach einem rechtsstaatlichen Verfahren von 99 Prozent haben und mein Wahlkreis liegt an der österreichischen Grenze, Wahlkreis Passau. Ich kann die Situation sehr, sehr gut beurteilen und ich sage Ihnen, wir müssen uns auf die schutzbedürftigen Kriegsflüchtlinge konzentrieren, denen gehört unsere volle humanitäre Unterstützung und Verantwortung, aber das Asylrecht ist nicht für Wirtschaftsflüchtlinge gemacht und deswegen hat der CSU-Parteivorsitzende und Ministerpräsident ein 16-Punkte-Maßnahmenpaket vorgelegt in der Ministerpräsidentenkonferenz und jetzt auch nochmal konkretisiert, was zu tun ist, um schnellere Verfahren zu bekommen für die Wirtschaftsflüchtlinge. Der Grundsatz muss wieder heißen, abgelehnt heißt ausreisen oder abschieben. Aber wir hatten es ja in der letzten Woche, ein kleines Mädchen im Gespräch mit Angela Merkel, Sie werden es gesehen haben, das dann auch in Tränen ausbrach, das war natürlich auch nochmal Emotion pur für viele und hat die Diskussion jetzt nicht versachlicht, aber doch vielleicht verklart. Ein Mädchen, das in Deutschland ist, das gut Deutsch spricht und das abgeschoben wird nach langem Verfahren, eventuell und dann sofort ausreisen muss. Würde das auch für solche Mädchen dann gelten? Sie wissen doch die persönliche Situation dieser Familie gar nicht. Das wird behauptet. Die Familie kommt aus einem Kriegsgebiet und ist nicht vergleichbar mit bloßen Wirtschaftsflüchtlingen, beispielsweise von den Balkanstaaten. Das heißt, Bayern tut sehr, sehr viel für die Frühförderung für Jugendliche und Kinder. Es gibt 270 Sprachförderungsklassen und duale Ausbildung, Übergangsklassen 350 an der Zahl. Aber die Belastungsgrenze für die Kommunen und für die Gesellschaft vor Ort ist überschritten. Das heißt, die, die vom Westbalkan kommen, von den Balkanstaaten kommen, die warten über Monate auf das Ergebnis dieses Asylverfahrens. Und das will Bayern verkürzen, drastisch verkürzen, weil wir uns auf die Kriegsflüchtlinge, die schutzbedürftig sind, konzentrieren wollen. Und das ist keine Polemik und keine Scharfmacherei, sondern es ist blanke Realität vor Ort. Dann sage ich ganz herzlichen Dank an Andreas Scheuer für diese Einordnung aus bayerischer Sicht und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ich sehe hinter Ihnen weiß-blauen Himmel. Ich hoffe, der ist auch in echt da. Ganz herzlichen Dank und einen schönen Tag nach München.